Glück auf meine Bananen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute mal um etwas anderes. Es gibt kein wie gewohntes Let's Play Video oder Gameplay Video, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Heute möchte ich euch mal ein Projekt von mir vorstellen, das vor drei Monaten, denke ich mal, schon stattgefunden hat. Und zwar ging es darum, eine Utopie zu veranschaulichen. Und zwar nicht für mich selber, sondern für irgendwas anderes, sondern für die Schule. Wir hatten in der Schule die Aufgabe, uns ein Schema für eine Utopie, wie sie in ein paar hundert Jahren ausdenken könnte. Die Aufgabe hatten wir dafür, uns eine auszudenken. Und ich hatte die Idee, das mit einem Anker Video zu veranschaulichen. Und das habe ich getan. Ich würde sagen, wir reden nicht weiter und heißen frei. Und wir sehen uns nach dem Intro in der Utopie. Ja, das hier ist unsere Hauptstadt. Wir kennen die Map bestimmt noch von den alten Survival Games Runden. Das ist eine Survival Games 3 Map, Futuristic City. Tevaran 3 hieß die, glaube ich. Ja, Tevaran hieß die damals. Wer habe ich dafür genutzt? Davon ja. Sind wir in der Stadtmitte, da oben ist quasi unsere riesige Energiequelle. Und Kliegisch wundet uns hoch. Klar, ihr wisst jetzt, das ist der Survival Games Spawn, aber was soll's, ne? Jetzt gehen wir mal in den Haus rein. Die Leute bei uns leben natürlich, äußerst der Harmonie. Hier sind wir jetzt am Rande der Stadt. Natürlich der Natur, der Ausblick auf die Natur. Und es gibt auch so eine Häuser wie heute, bloß sie sind riesig. Also man kann hier in den Paschen hoch gehen, hoch gehen, hoch gehen, hoch gehen. Jetzt gehen wir mal in die Wohnung rein, gleich. Noch eine höher. Die gehen wir jetzt rein. So, wir hatten da eben einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt. So, und man kann auch hier noch seine, in der Wohnung speziell seine Kinder noch in einem anderen Abteil übernachten lassen. Das hier ist unsere Kirche, also jeder kann seine Religion frei ausüben. Das ist das Fortbewegungsmittel, der ist wieder aus Aos. Den bekommt jeder kostenlos. Und hier wird dieser Speeder gefertigt, in dieser Werkstatt, direkt in der Stadtmitte. Und jetzt haben wir hier mal einen kleinen Ausblick auf die Natur, außerhalb der Stadt. Wir fällen nur die nötigsten Bäume, unserer Utopie. Und pflanzen natürlich auch irgendwie danach. Genau. So, und dann haben wir hier das Abwassersystem. Es fließt sehr gut gefiltert wieder zurück in die Natur. Wir schwenden kein Wasser. Eben alles in der Natur wieder zurück, und zwar sehr sauber. So, und jetzt kommen wir mal zur Natur außerhalb der Stadt, auf dem Land. Also wir haben jegliche Form von Landschaft, Tiere. Und auch jegliche Erz- und Baumform, hier lädigen Schweine, äh Schweine-Gestand. Und natürlich auch Pferde, dieses Plänen-Pferde. Und hier haben wir auch eine Kuh. Und jetzt sind wir noch mal im Norden unseres Landes, da. Große Eis, also große Eis, hier ist bedeckt auch in das Land. Und hier sind wieder ein kleines Dorf. Eben. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil unserer unserer Utopie. Und zwar gibt es eine unsichtbare Wand, die unser Land und den anderen Ländern der Welt trennt. Diese Wand erkennt, wann Leute böse sind. Sie dürfen nicht herein, wie der Zombie hier gerade. Aber unser guter Freund da, er kann eben unsere Stadt verlassen. Und da würde ich sagen, das war's von dem heutigen Video. Wenn euch, äh, es gefallen hat, dann lasst du gerne einen Daumen nach oben da. Und, ja, dann würde ich sagen, habt ihr mal gesehen, was man, wofür man Meintracht auch für die Schule auch nutzen kann. Es ist dann doch, würde ich sagen, recht spannend, so was für die Schule zu nutzen. Ähm. Ja. Das war's vom heutigen Video. Wenn ihr jetzt am Sonntag nochmal, dann bin ich zwei Wochen im Urlaub. Ja, wir sehen es am Sonntag. Ich hab auf jeden Fall Videos vorproduziert. Und... Viel Spaß heute noch euch. Was ihr heute noch so macht. Ist ja sehr, sehr warmer Tag heute. Ja. Danke fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Tschüss. Tschüss.